Lieber das andere ist besser. Also diese Beeren-Marke. Ja, genau. Ich fand manchmal Kaffeeweißer gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht übel, Kaffeeweißer ist sehr positiv. Und vor allem, man kann es so kombinieren mit normalem Zucker. Ist eigentlich nur getrockten Dimmel nicht. Getrockten Dimmel nicht, genau. Mehr ist es nicht. Schon mit Zucker oder irgendwas drin, glaube ich sogar. Ist schon lecker. Alles sehr lecker halt. Habe ich schon Zucker und Muttern? Ich glaube nicht. Ach so. Nur ein bisschen. Wie viel würdest du? 1-2? Ja, 2 Löffel gehen. Der ist ja ganz gut. Das ist doch der braune Zucker. Nein, der ist karamellisiert. Karamellisiert, der ist aber auch gut. Der ist super. Der Südzucker ist karamellisiert. Der ist super, also den mag ich total. Das ist eigentlich weißer Zucker, der wird karamellisiert. Ja. Aber du hast recht mit dem Erfolg. Du hast schon recht. Du hast schon recht. Du hast schon recht. Du hast schon recht. Muss man früh genug anfangen einfach auch. Ja, aber wenn mir jemand sagt, ja der hat es erfolgreich, ja der ist schon so und so früh, dann natürlich sage ich dann, ja wieso hast du es nicht auch gemacht? Ja, genau. Das stimmt. Ja, richtig. Und man geht halt nicht ja auch theoretisch.